Yo, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video und zwar seit langem mal wieder ein Video, denn heute um 0 Uhr kommen einige, einige Songs raus und wir können uns ein paar davon schon mal anhören. Dann hört ihr eine kleine Hörprobe davon und ihr wisst, wie sich die ganzen Songs anhören. Zum einen kommt Lilano Fischer raus, Kapi Samra mit Nummer 1, die haben auch ein geiles Musikvideo gedreht, muss man sagen. Ja, Datalove released seinen ersten eigenen Song, Goat heißt das Ganze und Mero released so einen Reggae-Song, ja, der so in Richtung Reggae geht, mit No Name. So Leute, fangen wir direkt auch gleich an mit Lilano Fischer. Der Song ist übertrieben geil, für mich einer der geilsten Songs, die heute rauskommen. Also heute um 0 Uhr erscheinen alle Songs, die ich euch gezeigt habe, die ich euch vorgestellt habe, von denen ihr eine kleine Hörprobe bekommen habt. Lilano Fischer ist echt ein geiles Ding geworden und ja, hören wir mal einfach rein. Also, das war auf jeden Fall die Hook, okay? Die kennt ihr vielleicht schon, ich weiß nicht, ob er das angeteasert hatte in Insta. Ich denke schon, er hat ja auch lange angeteasert, dass der Song kommen wird. Wer ihn auf Instagram verfolgt, hat ja auch gesehen, wie er das Musikvideo gedreht hat. Also, das Musikvideo wird bestimmt sehr, sehr geil werden, wenn man überlegt, wie das noch bearbeitet wird, wenn da Effekte drauf gelegt werden. Es wird geil. Also, das Musikvideo ist echt geil. Zudem kommt heute noch ein Video, was ich persönlich feiern werde, ist von Kapi und Samra. Ja, denn das sollte, ja, ein geiles Model mitspielen. Höchstwahrscheinlich ein geiles Video mit Elena. Ähm, warten wir mal ab. Ja, dann würde ich mal sagen, hören wir noch in den zweiten Part vom Song rein. Und da müsst ihr euch noch gedulden bis 0 Uhr und dann könnt ihr das Ding totstreamen. Totstream. Also, was haltet ihr von Lillanos neuem Song? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es sehr, sehr geil. Bis jetzt hat er auf jeden Fall sehr, sehr geile Lieder gedroppt. Ähm, der mag ja relativ gehasst werden im Internet. Aber, Musik kann der schon machen. Also, Musik kann der schon machen. Och- Untertitelung des ZDF, 2020